Wenn wir Seelengewinn gehen, jemandem das Evangelium predigen, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn nicht der wichtigste Punkt, Heilsicherheit. Dass wir das ewige Leben nicht verlieren können, weil es eben ewig ist. Es hing von vornherein nicht von unseren Werken ab. Es ist ein Geschenk. Es wird auch im Nachhinein nicht mehr von unseren Werken abhängen können. Es war ein Geschenk. Und wir führen gerne Beispiele an, wie David und Mose, die beide Mörder waren, um zu erklären, dass es eben nicht von unseren guten Werken abhängt, irgendwie gerettet zu bleiben. Sogar wenn wir einen Mord begehen würden, rein theoretisch, und die Bibel gibt uns eben diese Beispiele, dann sind wir trotzdem gerettet. Und viele Leute haben damit natürlich ein Problem, weil sie eben, weil Menschen an sich gerne auf ihre Werke vertrauen, auf sich vertrauen. Das ist, was grundsätzlich jeder Mensch erstmal glaubt, dass man irgendwie ein guter Mensch sein muss, um in den Himmel zu kommen. Und wir waren gerade Seelengewinn und mein Seelengewinnpartner hat einen sehr guten Vers der Person gezeigt, um zu erklären, dass David, als er Mord begangen hat, Ehebruch und Mord, dass er immer noch gerettet war. David war ein großer Mann Gottes, ein Mann nach seinem Herzen, sagt die Bibel. Aber er hat eben eine schwere Sünde in seinem Leben begangen. Er hat Ehebruch begangen mit Bathseba, der Frau des Uriah, und hat Uriah ihren Mann umbringen lassen, indem er befohlen hat, dass er an die Front der Schlacht gestellt wird, damit er eben erschossen wird, was geschehen ist. Und als Nathan zu David kam und ihm seine Sünde aufgezeigt hat, dann lesen wir in Psalm 51 seine Reaktion darauf. Die Bibel sagt in Psalm 51, Vers 14, Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Also sagt David, gib mir wieder mein Heil? Nein, sondern er sagt, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Also was hat David verloren? Hat er sein Heil verloren? Hat er seine Errettung verloren, dadurch, dass er gesündigt hat, dadurch, dass er ein Mörder war? Nein. Was hat er verloren? Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Er hat die Freude an seiner Errettung verloren. Das heißt, er war noch gerettet. Er war immer noch gerettet. Warum? Weil Errettung ein Geschenk ist. Es hängt nicht von unseren Werken ab. Er war immer noch gerettet, auch als er Mord begangen hat und Ehebruch begangen hat. Aber was hat er verloren? Er hat die Freude an seiner Errettung verloren. Wenn wir sündigen als Christen, dann stört das natürlich die Gemeinschaft mit Gott. Wir müssen im Geist wandeln. Dadurch werden wir Gemeinschaft haben mit Gott. Wenn wir aber nicht im Geist wandeln, dann werden wir die Begierden des Fleisches verbringen. Beispielsweise Ehebruch. Und was verlieren wir? Wir verlieren die Gemeinschaft mit Gott, die Freude an unserer Errettung. Das, was wir verlieren, nicht unserer Errettung. Also das ist ein super Vers, Psalm 51, Vers 14, um jemandem zu zeigen. Siehst du, David hat etwas verloren, aber nicht seine Errettung. Er hat Gott gebeten, dass er ihm wieder die Freude an seinem Heil gibt. Ich hoffe, dass dir dieser Tipp geholfen hat. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.